Hallihallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute starten wir eine kleine kurze knackige Yoga Session zusammen. Ganz gemütlich, wie ihr sehen könnt, draußen vormittags mit Vogelgezwitscher. Und wir starten direkt mit der Einatmung über die Seiten nach oben die Hände. Aktiv in der Berghaltung und mal weit nach hinten strecken. Mit der Ausatmung die Hände zusammen und vor dem Körper senken. Leicht Fingerspitzen, die Matte berühren und über die Seiten wieder nach oben ziehen mit der Einatmung. Lange Strecken und über die Ausatmung senken. Matte berühren und langsam nach hinten oben ziehen. Ausatmen, senken und denk an deine Ujjayi-Atmung. Das heißt, ein leichtes Rachenrauschen erzeugen, tief in den Bauch. Mit der Einatmung wieder anheben. Gerade vorbeuge und von hier aus zurück in die Brettposition. Achte darauf, dass die Schultern an den Handgelenken ausgerichtet sind und mit der Ausatmung senken. Mit der Einatmung in den heraufschauenden Hund oder die große Kobra. Ausatmen, wieder zurück in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung, Brettposition. Stabilisieren und Ausatmung in den Liegestütz. Chaturanga, drei Liegestütz hier auf der Stelle. Eins, zwei und drei. Mit der nächsten Ausatmung das Gesäß anheben. Lange Beine, langer Oberkörper. Rechtes Bein zieht nach vorne und das linke schiebt nach. Einatmung, nach oben ziehen. Berghaltung, gestreckt. Mit der Ausatmung langsam den Oberkörper senken. Matte berühren und noch einmal einatmen. Heben, lange strecken. Ausatmung senken, fallen lassen. Einatmung, Heben und Ausatmung fallen lassen mit den Händen. Unten, Brettposition, Schritt rechts und links zurück. Tief atmen und mit dem nächsten Atemzug nach unten in den Liegestütz. Hier drei Liegestütz. Eins, zwei, drei. Halten. Und langsam auf die rechte Seite lehnen, den linken Arm nach oben ziehen. Füße parallel zueinander. Und dann auf der anderen Seite rechts die Hand nach oben schieben, über die Brettposition. Kurzblick nachwerfen und wieder in die Ausgangsposition. Liegestütz, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Auf der Stelle laufen. Länge finden und entstrannt bleiben. Einfach mal die Arme rechts, links zu den Waden bringen, zum Schienenbein. Je nach Flexibilität am Morgen. Dreimal im Wechsel. Rechter Arm berührt linke Wade. Und linker Arm berührt rechts die Wade. Und dann zurück in die Brettposition. Liegestütz. Und schieb dich weit nach hinten in die Ausgangsposition, herabschauender Hund. Wackel mit dem Gesäß leicht nach vorne und zieh dann die Fersen vor-zurück. Vor-zurück und komm erneut in einen heraufschauenden Hund. Atme tief durch die Nase und mit der Ausatmung in den herabschauenden Hund. Hebe nun ein rechtes Bein an und schiebe die Hüfte weit nach hinten raus. Zieh das rechte Knie nach vorne zum Krieger 1. Fokuspunkt an der Wand oder im Freien vor dir finden. Die Hüfte schiebt nach unten. Blick nach vorne und halten. Mit der nächsten Ausatmung senken. Bein wechseln. Linkes Bein nach vorne. Arme anheben. Blick nach vorne. Fokus finden und halten. Mit der nächsten Ausatmung erneut senken. In die Brettposition. Brustkorb senken. Liegestütz. Zwei. Drei. Und komm nach vorne mit deinen beiden Füßen in die Ausgangsposition. Berghaltung. Tadasana Samastiti. Namaste und schön, dass du dabei warst bei dieser kurzen und knackigen Yoga-Session. Bis bald. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020